Servus Leute, ja, es ist Sonntagfrüh direkt vor der Messe. Ich bin in meinem Hotelzimmer, habe gerade gefrühstückt und ich checke jetzt aus und dann geht es ab auf die Messe und ihr kommt mit. Jo Leute, wir sind auf der Messe angekommen und wir schauen jetzt mal, oder ich schaue jetzt mal zum Sternensand Verlag, wie soll es auch anders sein, und zwar zur Signilstunde von Stephanie Scheurig. Das ist die wundervolle Autorin von Streuner, diesem wunderschönen, tollen, coolen Buch. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, und da sitzt sie auch schon und ist fleißig am Signieren. Und Stephanie Scheurig guckt. Und das ist übrigens eines der Bücher von Stephanie Scheurig, dem Streuner, wunderschönen Buch. Ja, genau. So, die Autorin umreißt jetzt mal ganz kurz ihre Geschichte, dann könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, um was es da geht. Ja, hallo, ich bin Stephanie Scheurig und ich habe einmal den Streuner geschrieben. Und in dem Buch geht es um zwei Teenager, die erwachsen werden. Und der eine auch ganz besondere Weise, weil der ein Hexer ist, also magische Fähigkeiten besitzt. Und er möchte eigentlich Sänger werden in der normalen Welt, er hat gar keine Lust auf die Hexenwelt sozusagen und deswegen haut er ab. Und wird von seiner Mutter aber in eine Katzenverwandelt dazu. Das hält ihn aber nicht auf, er haut trotzdem ab und trifft dann in einem Internat auf eine Schülerin namens Greta und die nimmt den Kader bei sich auf. Und er gewinnt den Lied. Und der Kader ist ja eigentlich ein Mensch und verliebt sich in das Mädchen. Und das wirkt so einige Schwierigkeiten auch, weil er letztendlich ja von seiner Mutter gezwungen wird, wieder ein Texter zu werden. Ja. Darum geht es um Streuner. Das hört sich doch echt geil an, oder? Müsste doch zugeben. Ja. Und dann habe ich auch noch eine Dystopie geschrieben, deshalb heisst sie, den ersten Teil aussortiert. Und das ist ein bisschen ein ernsteres Thema. Darum geht es, es geht einfach darum, dass die Gesellschaft in zwei ganz krasse Schichten aufgeteilt ist. Es gibt einmal die ganze Reich, die wohnen in der Stadt von der Mauer umzingelt und führen das perfekte Leben. Da ist alles wunderbar. Die können sich ihre Kinder im Labor erschaffen lassen und zwar nach genauen Vorstellungen. Und da gibt es einmal Tia, die lebt in dieser Stadt und sieht so aus, wie ihre Mutter sie gerne haben wollte. Und Mitchell lebt dann in äußeren Bezirken, wo die Menschen für diesen Luxus quasi bezahlen. Und durch einen Zufall werden die zwei sich begegnen. Und dann wird durch diese Begegnung einen Stall ins Rollen gebracht, von dem keiner von beiden weiß, wie groß er eigentlich ist. Das hört sich doch noch hammermäßig an, oder? Und ich habe nur Gutes von dem Buch gehört bisher. Also, wahnsinnig. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich habe es schon daheim. Von dem her, ich freue mich sehr drauf. Ja, Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Wir haben eine weitere Autorin vom Stern in Sand Verlag hier. Und die erzählt jetzt auch mal ganz kurz, um was es in ihrem wundervollen Werk geht. Also, bei den Weltportalen spielt die Geschichte auf der Erde, die früher mit Portalen mit anderen Welten verbunden war. Und diese Portale sind geschlossen worden und die Geschichte setzt wesentlich später an. Es sind fünf Völker auf der Erde geblieben und die Protagonistin ist halb elf und halb Magierin. Die Völker sind mittlerweile verstritten. Das heißt, sie gehört irgendwie nirgendwo mehr dazu und kommt aber an die Akademie der Magie, um ihre Magierfähigkeiten zu trainieren. Und dabei trifft sie wieder auf sehr viel Ablehnung, findet aber auch ein Geheimnis heraus, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und verliert auch ihr Herz zum ersten Mal. Und gleichzeitig muss sie sich einem ganz dunklen Feind stellen und findet aber endlich Freunde, die sie unterstützen. Es ist ein ganz tolles Buch für alle, die auf der Südbe sind. Dankeschön. Hört sich wunderbar an. Ich habe es schon daheim, ihr wisst es. Ich freue mich, es bald lesen zu dürfen. Dankeschön. Ich habe eine weitere Autorin vom Sternensamm Verlag und die erzählt jetzt was über ihr Buch. Hallo, ich bin Fanny Becher. Ich bin Autorin für Fantasy und Romance. Und ich zeige euch jetzt mein Buch Elestra. In einer ganz kurzen Kurzfassung ist Elestra, sage ich immer ein bisschen wie Herr der Ringe für Frauen. Weniger Gemetzel, dafür mehr Gefühl. Also es ist eine ganz klassische High-Fantasy-Geschichte mit Elfen, Orks, Zwergen und Trollen. Natürlich auch mit neuen Völkern, die es so noch nicht gegeben hat. Es ist viel Abenteuer, viel Magie, viel Liebe mit drin. Und natürlich Elemente, sonst würde der erste Band nicht Feuer und Eis heißen. Es ist eine Reihe, wo immer zwei Bände sehr eng zusammenhängen. Drei sind bereits erschienen. Den vierten habe ich gerade fertig geschrieben. Und es werden wahrscheinlich fünf oder sechs Bände. Und glaube ich, für jeden, der auf klassischer High-Fantasy-Welten steht und eine sanfte Liebesgeschichte zu schätzen weiß, eine Empfehlung wert. Ja, also da seid ihr doch bei mir Fantasy und so. Seid ihr hier, glaube ich, echt an der richtigen Adresse. Das hört sich, wie ich finde, wirklich super an. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Gerne. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade bei der Self-Publishing-Area, wo unter anderem eine meiner Lieblingsautorinnen bei so einem kleinen Vortrag lese, erreichen und erfolgreich binden, schimpft sich der. Ja, macht die, wie gesagt, eine meiner Lieblingsautorinnen, die Laura Neumann macht da mit bei diesem Vortrag. Ja, ich bin jetzt da. Guck mal da ein bisschen zu. Guck, Paula! Wir sind Biod Books on Demand. Wir sind eine Self-Publishing-Plattform aus der Nähe von Hamburg. Uns gibt es seit 20 Jahren und bei uns veröffentlicht mittlerweile über 40.000 Autoren. Wir sind damit auch die größte deutsche Self-Publishing-Plattform. Und zusammen mit dem Literaturcafé.de von Wolfgang Tischer kuratieren wir hier mit der Frankfurter Buchmesse das Programm auf der Self-Publishing-Area. Und da überlegen wir uns natürlich auch mal, was können wir an Themen reinbringen, die viele Autoren interessieren, die gerade im Self-Publishing unterwegs sind. Und da ist das Thema Marketing, Buchvermarktung ja ein wesentliches Thema. Als Autoren im Self-Publishing haben wir, haben sie nicht nur die Freiheit, das zu veröffentlichen, was ihr möchtet. Also das Buch genauso zu machen, wie ihr das möchtet. Sondern mit der Freiheit geht auch die Verantwortung ein, hier etwas für die eigene Vermarktung zu tun. Alicia, bei dir war es jetzt so. Du bist eigentlich bekannter jetzt erstmal als YouTuberin. Du hast einen YouTube-Kanal mit über 30.000 Fans. Sag lieber Zuschauer. Oder Zuschauer oder Abonnenten, wie YouTube es selbst ja nennt. Du bist da auch ganz nah. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz über deinen YouTube-Kanal, was du da machst und wie es denn überhaupt zu der Idee jetzt kam, ein Buch zu schreiben. Also meine Leser haben mich quasi gezwungen, ein Buch zu schreiben. Seit zweieinhalb Jahren habe ich ein YouTube-Format, das nennt sich LGBTQ&A, wo sie mir E-Mails schreiben und ich über gewisse Themen aufkläre. Einfach so ein bisschen als große Schwester Rat gebe und helfe, weil ich mir das selbst für mich früher gewünscht hätte, dass es jemand macht. Und dann auf Instagram kam immer wieder unter meinen Bildern, Alicia schreib ein Buch, du schreibst die schöne Texte unter deinen Bildern. Und ich habe tatsächlich seit ich neun bin schon immer gerne geschrieben. Und ich hatte auch Deutsch-AK, ich habe auch irgendein Preis gewonnen, aber ich habe immer gedacht, ich kann nicht ein ganzes Buch schreiben, ich kriege das nie fertig. Und durch diese ganzen Kommentare dachte ich dann, okay, nein, komm, mach das einfach mal. Und dann kam eines Tages Charlie zu mir, also der Hauptcharakter von meinem Buch, und dann habe ich es geschrieben. Und da ich die Community seit zweieinhalb Jahren aufgebaut hatte, war die auch schon da. Sie hat quasi darauf gewartet, dass ich endlich was schreibe. Was ich dann noch getan habe, um andere Leute zu finden, war auch eine, zum Glück habe ich das gemacht, dort im CSD in Frankfurt, wo natürlich meine Zielgruppe genau ist. Also genau die Leute, die das Buch lesen und habe da Sticker verteilt. Und das Lustige war, die Leute haben die Sticker mitgenommen in ihrer Heimatstadt und die dort aufgehängt. Also ich habe dann Bilder bekommen aus Gießen, aus Köln, wo auch immer dieser Sticker dann hing. Und ja, das hat auch noch ein bisschen mehr Popularität dem Ganzen gegeben. Sehr gut. Laura, du bist jetzt in mehreren Genres auch schon unterwegs. Du bist, ich weiß nicht, wie viele Bücher hast du mittlerweile? Es müssen elf sein. Ich muss auch mal das nachdenken. Es sind elf Bücher. Wie wichtig ist es, seine eigene Leserzielgruppe zu kennen? Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Nur man denkt überhaupt nicht drüber nach am Anfang. Also man schreibt, was man gerne liest. Und in der Regel sollte das dann auch klappen. Das fand ich übrigens super interessant, wenn man plötzlich merkt, ich sollte das vielleicht nicht so schreiben. Oder es ist eigentlich was anderes. Muss man sich das dann auch sofort eingestehen. Und erst später denkt man, wer liest das eigentlich? Und man will nicht glauben, dass das nur eine Altersgruppe von so nach so liest. Das ist für einen völlig abwegig. Weil meine Mama liest es ja auch. Warum nehme ich denn, ne? Aber es ist so. Man hat feste Zielgruppen. Und die haben unterschiedliche Vorlieben, was das Thema Marketing angeht. Also wie sie angesprochen werden möchten. Und auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel ein Buch oder ein E-Book zu erwerben. Manche haben vielleicht gar keine Möglichkeit. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man an den richtigen Stellen wirkt. Oder auf die Leute zugeht, damit das Buch seine Lese auch erreicht. So Leute, ich habe hier einen ganz jungen Autor, der mit seinem Debüt-Thriller hier rausgekommen ist vor kurzem. In Wirklichkeit ist es die altbekannte Laura Newman, die unter diesem Synonym ihren ersten Thriller veröffentlicht hat. Klaus. Und die Laura, ja, erzählt mal ganz kurz, um was es in dem Thriller geht. So ganz kurz so, damit er mal ein bisschen einen Eindruck gewinnt. Oh mein Gott. Das müssen Autoren ja können. Kurz zusammenfassen, ne? Das muss schon gehen. Alles klar, kurz zusammengefasst. Da geht es darum, dass ein paar Menschen eine schöne Urlaubsreise machen wollen. Und auf der Insel, wo sie dann in der Karibik landen, läuft alles schief und es wird ziemlich blutig. Und deswegen auch der Titel Blutparadies. Aber keine Sorge, so richtig splittermäßig wird es nicht. So ein solider, schöner Thriller mit ein bisschen spannender. Nehmen wir in Gästen eher die Gebäude. Ja, das hört sich doch echt bestimmt gut. Weil ich mag ja die Laura und ihren Schreibstil. Und ich hoffe, ja, auch wenn ich eigentlich kein so ein Thrillerleser bin. Ja, Sebastian Fitzek hat mich gestern auch überzeugt. Der ist ja auch so nett. Ja, der ist ja auch nur so nett. Der hat gestern so von seinem neuen Thriller erzählt. Und da dachte ich, wow, cool. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Da genau. Oder Klaus. Ich habe das schon mein Video Ende. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Ja, genau. Voll verrückt. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade bei der Self Publishing Area. So eine kleine Bühne, an der wir vorhin ja auch schon die Laura Newman gesehen haben. Und die Janine von The Empire of Books, beziehungsweise jetzt The Empire of Me, moderiert hier gleich so eine kleine Autorenrunde. Ja, ich bin mal gespannt. Denn, ja, in einer Stunde machen wir dann weiter mit, ja, Leuten aus Verlagen. Und da steige ich dann mit als Co-Moderator ein. Bin schon, ja, aufgeregt, gespannt, was das gibt. Denn ich, ja, schmeiße mich da einfach mal ganz unvorbereitet rein. Und, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Lasst euch überraschen. Bewertungsplattformen. Ich sage es mal ganz neutral im Internet. Und da bin ich schon ein bisschen kritischer. Weil Leute sind ja auch mir gegenüber kritisch. So wie positiv als auch negativ. Also kann ich umgekehrt ebenso kritisch sein, was die Beschreibung der Umgang mit dem Werk angeht. Finde ich zumindest. Hattest du denn schon mal eine unangenehme Begegnung mit einem Blogger, Publisher, 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 ich sage gleich nur noch Büchermenschen. Das ist dann kürzer und einfacher. Aber ich möchte ja niemanden vergessen. Also der so ganz unangenehm auf mich zugekommen ist, wo du sagst so, Boah nee, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. Gab es da irgendwas? Nee, also das bisher noch nicht. Die waren alle sehr nett und sehr freundlich bisher. Die Büchermenschen. Das gab es in der Art und Weise noch nicht. Die Annäherungsweise ist oft recht unterschiedlich. Von sehr höflich und mit sie. Bisschen als ob wir uns schon seit 100 Jahren kennen. Und wir treffen uns in dem Moment aber zum ersten Mal. Aber das ist so ein Ding, dass es wirklich so unterschiedlich wie die Menschen sind. Und da musst du als Autor auch entsprechend geschmeidisch reagieren. Und das ist dann halt so. Das ist aber eigentlich kein Problem. Weil die meisten... Nee, falsch. Eigentlich sind sie alle nett. Haben aber wie gesagt, sie kommen alle sehr unterschiedlich oftmals auf dich zu. Und solange du das weißt, dass wir gegenseitig eigentlich nur nett sind, dann funktioniert das auch ganz gut. Und ihr gegenüber saß ein junges Mädel und hat mein Buch gelesen. Und das war... Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Weil das sind Menschen, also ich muss sagen, die ganz lieben Buchmenschen hier. Ich kenne ja mittlerweile auch viele persönlich schon. Und da ist es auch immer wieder toll, dass sie trotzdem mir die Treue halten und meine Bücher kaufen. Und wenn dann jemand ganz Fremdes, mit dem du weder Kontakt hast, den du noch nie gelesen, gehört, gesehen hast, dein Buch kauft. Und irgendwie man sieht das dann. Oder du siehst es selber. Ich... Wow. Also ich bin auch, ne? Also dankbar. Und ich frage mich auch immer so, wie kann das sein? Und wie du sagst, also wenn man sich ganz ins Gedanke sagt, so viel tausend Bücher... Das ist ja schon irre. Ich bin eben stolz so ein bisschen. Ein klein bisschen stolz. Muss man auch sein, weil so ein Buch muss man ja auch erstmal fertig schreiben. Also da kann man schon stolz sein, wenn das dann fertig ist und durchaus lektorat durch ist. Und dann wirklich am Ende auf dem Markt verfügbar. Ja, gleich geht es hier los. Hinter mir die Zuschauer. Hier hinter mir die Bühne. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was es hier so gibt. Ein bisschen nervös bin ich jetzt doch langsam. Aber ja... Ich bin hier nur der Co-Moderator. So, wir sind hier gerade beim Trümmer-Knauer-Stand. Und der Bestsellerautor Markus Heitz steht neben mir. Hier. Und ich habe ihn gerade gebeten. Er soll doch mal... Komm mal mit. Er schwenkt mir der Kamera bis die Gegend. Er soll doch mal kurz seine drei neuen Bücher vorstellen. Und mal, ja, erklären, was so der Hintergrund ist. Warum es eben drei Bände sind, die gleichzeitig erschienen sind. Ich habe da mal was vorbereitet. Also das sieht sehr vorn, schön aus. Nicht so weit weg. Hier, so schön ran. Hier, damit auch die Kamera total ausflippt. Das ist der Prolog im Grunde. Der Pilot, wie man auch sagen. Insgesamt, das Projekt heißt Doors, wie es hier unten steht. Doors besteht aus drei Romanen, die eine Art Wahlmöglichkeit für die Leserin, für den Leser lassen. In diesem Pilot, oder Prolog, wie man ihn nennen möchte, wird ein Einsatzteam sechs Leute in ein Höhlen-System geschickt, um eine vermisste Person zu finden. Eine junge Dame. Das Einsatzteam geht runter in diese Höhle und findet, zu ihrem großen Erstaunen, drei merkwürdige Türen nebeneinander. Und für jeder der drei Türen ist ein Hinweis, dass die Dame hätte durchgehen können. Jetzt sehen sie sich uneins darüber, durch welche Tür die Dame gegangen ist. Und an der Stelle endet der Pilot. Und jetzt entscheidet die Leserin, oder der Leser, durch welche Tür das Team gehen soll. Und je nachdem, für welche Tür man sich entscheidet, entstehen drei verschiedene Szenarien, drei verschiedene Handlungen, drei verschiedene Enden. Und die Todesraten sind auch sehr unterschiedlich. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so sehen. Da unten sind die drei Romanen nochmal aufgelistet. Und die heißen dann Dämmerung, Lutfeld und Kolonie. Und um was es da ganz genau geht, das findet man dann in den Büchern. Also für mich hört sich das unglaublich interessant und spannend an. Wenn ich schon höre, unterschiedliche Todesraten. Ja, ja. Wichtig zu erwähnen ist es tatsächlich, dass die drei Romane nicht aufeinander aufbauen, sondern die stehen tatsächlich nebeneinander. Also es gibt keine Reihenfolge, es gibt kein Band 1, kein Band 2. Ab Ende des Prologs? Genau. Völlig unterschiedlich. Dieser Prolog ist in allen drei Romanen vorne nochmal mit drin. Also wer diesen Prolog, den gibt es nur hier auf der Messe und zu besonderen Gelegenheiten. Wer den jetzt nicht kriegt, keine Angst, der ist in jedem Roman vorne nochmal mit drin. Das heißt, wenn man den ersten Roman gelesen hat, kann man, wenn man den zweiten hat, den Produkt direkt überspringen und mit der nächsten Tür anfangen. Cool. Das ist das Projekt. Dankeschön. Gerne. So, ich bin jetzt gerade mal wieder bei der Greenlight Press und die Nadine Erdmann erzählt ganz kurz über ihr neues Buch und was da so passiert. Ja, also ich bin Nadine Erdmann. Das ist die Lichtsteinsaga. Das Buch ist leider schon ausverkauft, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Nur klein hinten drauf, da sieht man das Cover. Es geht darum, dass es neben unserer Welt noch eine andere Welt gibt, nämlich Interia. Und das ist sozusagen die Pufferwelt zwischen unserer Welt und dem Reich der Dämonen. Und diese vier sind die Lichtsteinwächter. Und sie müssen mit Hilfe der Lichtsteine ein bestimmtes Licht, ich sag mal, in Gang halten. Und wenn das Licht ausgeht und mit Teria fällt, würden die ganzen Dämonen und anderen fiesen Kreaturen aus dem Bereich des Schatten in unsere Welt kommen. Und das wollen die natürlich mal hindern. Der erste Teil ist jetzt gerade vor zwei Wochen rausgekommen und heißt Aquinas. Sieht man da hinten nochmal auf dem Cover. Ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist leider nicht. Ich lende es ein. Super. Und ja, also im ersten Teil geht es um die erste Reihe zum ersten Lichtstein. Und es wird insgesamt vier Teile geben. Jeder von denen ist zuständig für einen Lichtstein. Und wir hoffen, dass die vier es am Ende dann schaffen. Die Welt der Menschen und Teria zu bewahren. Denn wenn die Dämonen über uns herfallen würden, wäre das echt. Jo, dankeschön. Sehr gerne. Ja, hallo. Die Autorin von Bloody Mary, Nadine Roth, die habe ich hier auch mal kurz. Hallo. Und die erzählt euch mal ganz kurz, was so grob in ihrem Buch Bloody Mary so vorkommt, abgeht und um was es da so geht. Ja, wie ich ja eben schon so nett vorgestellt wurde, bin ich Nadine Roth. Bin die Autorin von dem Buch Bloody Mary. Und da geht es eigentlich um die Sage der Bloody Mary, die es ja auch in unserer Welt tatsächlich so liebt. In verschiedenen Variationen. Ich habe mich jetzt für die Variation entschieden, dass man sich vor den Spiegel stellt. Dreimal Bloody Mary hinein ruft. Und Mary dann als Rachegeist aus dem Spiegel erscheint. Und denjenigen, der sie gerufen hat, dann auch umbringt. Sehr brutal eigentlich umbringt. Und da gibt es meinen Protagonist, den Avian. Der glaubt so gar nicht an Bloody Mary überhaupt nicht. An diese Legenden. Und sein bester Freund ist da Feuer und Flamme dafür. Und um quasi seinen besten Freund zu beweisen, du spinnst doch. Bloody Mary gibt es nicht. Er ruft er Bloody Mary und es passiert, was natürlich er nicht erwartet hat. Sie steht leibhaftig vor ihm. Und wie ihr aus der Situation wieder rauskommt und was dann sonst noch so passiert. Ich meine, das heißt auch, du darfst dich nicht verlieben. Das könnt ihr dann auch selber herausfinden, wenn ihr es lest. Cool, danke. Mich hat es total gecatcht. Schaut euch mal das Buch an. Das ist wunderschön. Und ja, das hört sich doch richtig, richtig vielversprechend an. Danke. Gerne. So, ich bin immer noch beim Sternensamt Verlag. Da gibt es viel zu viele gute Bücher. Und ich bin hier mit der Jessica Barrett, der Autorin von diesem wunderschönen Buch. Und die erzählt uns jetzt mal ganz kurz, um was es in ihrem Buch geht. Ja, also Elaine Ragenkind ist die Nacherzählung der Artussage aus der Sicht einer jungen Frau, die Elaine heißt. Und im ersten Band erleben wir sie zu Hause im Königreich Korbenik. Das liegt im Norden Britanniens. Und sie wächst sehr behütet dort auf. Und eines Tages kommt aber die große weite Welt in der Gestalt eines Fremden nach Korbenik. Und wirft ihr ganzes Leben durcheinander. Genau. Also es ist nicht der große König Arthus im Mittelpunkt der Geschichte, sondern eben die jungen Elaine von Korbenik. Und in Band 2, der auch schon fertig geschrieben ist, kommt Elaine auch nach Camelot und trifft auch König Arthus. Also für alle, die irgendwie so eine britannische Arthussage und so das Ganze alles so in dem Stil toll finden, die werden hier bestimmt ein richtig cooles Buch vorfinden. Das ist schön. Ich bin immer noch am Sternensand Verlag Stand und Jasmin, die erzählt jetzt mal kurz über ihr, am besten aber über den ersten Teil. Über den ersten Teil. Weil es gibt hier auch schon einen zweiten Teil. Aber der erste Teil von Ewig Rosen. Ja, erzähl doch mal. Hallo ihr Lieben. Ich darf euch was über Ewig Rosen erzählen. Ewig Rosen ist ein New Adult. Das heißt, es ist für junge Erwachsene von Emma, die ist 22. Und die kommt in eine Bredouille. Und zwar muss sie ganz schnell ganz viel Geld für ihren Bruder auftreiben, der sein Internat bezahlen muss. Und da das sehr schwierig ist, ist es so, dass ihr Ex-Freund Jan ihr den Vorschlag macht, du könntest doch in meiner Agentur arbeiten, in der ich auch arbeite. Ja, und so stolpert Emma ins Esport-Business und muss versuchen, sich dort durchzuschlagen. Wie ihre Reise weitergeht, erfahrt ihr in Band 1, 2, 3. Es ist gerade das E-Book erschienen und es werden insgesamt fünf Bänder. Und ich hoffe, es behält euch. Schön, also für mich hört sich das, selbst für mich hört sich das echt interessant an. Und ja, danke schön. Dankeschön. Ja, die Messe macht zu. Ich bin immer noch am Sternensand Verlag Stand. Irgendwie beiß ich mir hier fest. So, ja. Immer noch die tollen Autorinnen vom Sternensand Verlag. Ihr habt ja einige schon gesehen. Ja, schaut am besten mal bei der Homepage vom Sternensand Verlag vorbei. Guckt euch die Bücher mal an. Denn ich habe ja leider nicht alle Autoren und Autorinnen geschafft, die es hier zu sehen gibt. Also guckt mal auf der Seite. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja. Und jetzt machen wir Feierabend gleich. Mal gucken, was noch so passiert. Ihr seht es ja. So. Ja, ich bin immer noch am Sternensand Verlag. Und es gibt von dem Sternensand Verlag auch eine Chefin. Das ist nämlich die Corinne Störi. Die ist auch Autorin. Und die stellt jetzt mal ihr wunderschönes Buch vor. So, es weihnachtet. Hallo zusammen. Ja, das ist mein Liebesroman Unlike. Der sich super zur Weihnachtszeit, die jetzt ja dann kommt, lesen lässt. Hier geht es um Even und Sarah. Even ist ein Cringe. Er hasst Weihnachten. Und er bekommt ausgerechnet Besuch von Sarah, die nicht weiß, dass er ein Cringe ist. Sie liebt Weihnachten. Und ja. Sie fährt nach New York. In der festen Überzeugung, dass sie mit Even zusammen da schöne Weihnachten verbringen wird. Ja. Wie das dann ausgeht. Und ob sie ihn vielleicht doch noch überzeugen kann, dass Weihnachten toll ist. Was werdet ihr hier erfahren? Ja, also das hört sich für mich auch wieder richtig, richtig cool an. Also, ich stand den Sternen Verlag. Ja, danke. Ja, Leute. Die bauen hier ab. Die Frankfurter Buchmesse ist beendet. Und in diesem Sinne schaue ich jetzt, dass ich heimkomme und dass wir die guten Leute hier nicht weiter stören beim Abbauen. Wunderschöne Messe. Ganz außergewöhnlich. Ganz außergewöhnliche Autoren, Autorinnen übertroffen. Und ja, meine lieben YouTuber-Kollegen, Blogger-Kollegen. Ich mache mich jetzt erstmal Richtung Bahnhof auf. Ja, sehen wir uns dann. So, aus und vorbei ist die Messe. Ja, machen wir uns auf den Weg Richtung, bitte, holen das Gepäck und dann geht's Richtung Hauptbahnhof. Ja, saugeil war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.